Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Pinerkin. So Leute, das ist jetzt sozusagen die letzte Woche vor dem neuen EA Spiel. Und jetzt werden wir natürlich nicht jedes Spiel spielen, sondern wir werden jetzt ein bisschen simulieren. Wir werden jetzt ein paar Spiele da machen. Sozusagen würde ich sagen, wir werden jetzt keine Spiele machen, wir werden jetzt alles bis zum Ende simulieren. Die Woche wird jetzt simulieren. Gucken, vielleicht welcher deutscher Meister werden, Champions League Sieger, DFB-Bürger. Sozusagen das würde ich so machen, das machen wir dann jetzt. Und dann tun wir die jetzt simulieren würde ich sagen. Wie weit wir halt jetzt kommen und wenn es halt früher fertig ist, machen wir früher fertig, wenn nicht, dann machen wir mehr. So würde ich sagen. Und wenn wir die Presse kommen, dann werden wir das machen. Aber sonst werden wir alles simulieren. Die Presse kommen und so. Und wie lange jetzt immer eine Folge wird, werden wir sehen. Es könnte sein, dass es nur kürzer wird oder so. Dass wir jetzt mal gucken, wie viel Spiele wir machen. Und jetzt hoffen wir mal, machen wir mal. Tun wir mal gucken, was wir machen, wo wir machen. Und wir werden gewonnen, wieder schön gewonnen, oder? Sozusagen wir werden schön gewonnen. So, und dann gehen wir halt immer in den Neck, tun wir ihn mal ab und zu. So, und dann bin ich mal gespannt. Wie wir das, wie ich das neue, ja so bin. Und dann schauen wir einmal mal, wie wir es weitermachen. Jetzt spielen wir schön gegen Frankfurt, Leute. So, und so. Ja, Subo Sliding ist zur Zeit ein bisschen nicht so im Ding drin, wie wir wollen. Aber, Leute. So ist es ja echt halt. So ein bisschen halt bei Subo Sliding. Und wir machen auch manchmal schnell Simulierungen oder auch mal kurz Simulierungen. Manchmal, das ist unterschiedlich, wie man es so macht. Aber es ist ja zurecht, wie wir jetzt mal so spielen. So evolutionary wird manchmal, oder? Manchmal werden, tun wir mal auch dann Schnell-Simulierungen machen, manchmal normales Simulieren. Darauf streich, wie wir es machen. so schauen was dann einfach so schauen wir jetzt mal wieder so ein paar spielern so wieder ein paar spiele so wir wechseln gucken hat wie lang bis zum ende das ich sagen das durchgeht und dann schauen wir einfach und da haben und so machen wir jetzt mal wieder so dann können wir wieder normale spiele gucken wie wir wohnen so machen wir bitte mal schnell schnell ist simulieren oder normale sind entscheidend aber ich glaube manchmal machen wir machen auch öfters schnell ist simulierung würde ich sagen so zu sagen schnell ist simulierung und dann so guck mal was passiert läuft so sagen okay trapp spielt nicht mal bei frankfurt okay es ist ja nach okay so nicht zum ende ergebnis und das spiel wurde normal genau bei einer beiden schwärmer gucken wir machen jetzt ein paar noch ein paar spiele so trainieren wir weiter mit der mannschaft bis jetzt sitzen und natürlich wird macht noch natürlich die wenn irgendwas kommen so werden wir dann immer so ein bild gucken aber haben wir schon denn sobald den verpflichten wir den müssen wir verpflichten dann geht sie nächst oder 93 engländer ok den verpflichten dann tun wir wieder und so wenn wir immer eigentlich war 45 ist es ziemlich ja wenn wir mal so ein so dann komm trainieren wir mal ab und zu und ab und zu mal gucken was für berichte viel werden wir jetzt nicht mehr wenn einmal noch die saison durchziehen so zu sagen leute bisschen die mannschaft die mannschaft machen und so ein bild aber sonst werden wir werden nicht viel machen leute so wie gesagt wir werden nicht viel machen aber ja hoffenheim und schade der schade die niederlachen schade das war halt ein satz mit nix aber das war ein satz mit dfb pokal leider sind wir raus aus dem dfb pokal leute schade also ok ein pokal werden wir diese saison nicht kein um einen titel werden wir nicht kämpfen wo aller wird er um mein ok jetzt bin ich mal gespannt schaffen es mir eben mit ihm ist zum ding zu kriegen leute und bretze kommt jetzt bin ich mal gespannt schaffen gewinnen mag in gladbach ja gladbach gewonnen dfb pokal leider draußen jetzt bin ich mal gespannt heute schaffen wir es mit simon den spiel des jahres alles wäre mega wenn man schaffe könnten wenn man sind griecheitäten mit der mannschaft mit wir schauen einmal wie lange es dauert es kann auch sein dass wir trainieren wir noch ein bisschen und und ok sind auch wieder jungen jungs alles werden wir jetzt auch nicht mehr machen so sollst du mal wieder schön schnitz mal gucke schaff mal schaff mal gegen basen sieg das wäre mich 2 0 durch wir haben es geschafft in die champions league wir haben die champions league vorrunde erfolgreich abgestanden das sieht man gut also ja und er hat gewonnen leute er hat es gepackt leute er hat es gepackt er hat es geschafft leute er ist der neu er hat den baller tor gewonnen er hat es geschafft leute die trophy haben wir alles so unglaublich mega leute so unglaublich dass wir es gewonnen alles das habe ich nicht gedacht dass wir das nicht schaffen dass wir das nicht schaffen aber so sieht es jetzt gegen freiburg wollen wir natürlich wieder gewinnen weiter dranbleiben ah ja die bundesliga läuft zum wo die bundesliga läuft leute es sieht sehr gut aus in der bundesliga muss man so sagen die bundesliga läuft optimal und da werden wir mal gespannt und dann haben wir wieder keine berichte partie spielen gegen köln da müssen wir jetzt wollen wir wieder weiter sie geholt noch weitere schöne sieg punkt schade nur ein punkt aber sie aus strom mega das was mit das simon es geschafft hat spieler des jahres der hat einfach verdient leute er hat so verdienen dass es schafft leute das ist einfach so delegieren man so jetzt geht es weiter gemacht leute und von nordirland ok nordirland ok so jetzt tun wir weiter spielen wir werden mal gucken wie lange wir noch in dieser ding bin wir echt gespannt und gewinnen wir ja es wird es sieht gut aus mit der meister fokal wäre halt schön gewesen aber es sieht sehr gut aus wir haben gute vorsprung und jetzt wird es weiter gehen leute alle er macht so er macht gute er er geht er ballert sich er will den rekord leute wie sonst könnte es sein dass man mit ihm den rekord leute ok bei abwärtsspieler sieht es keiner von unseren sieht es keiner spieler den wir haben leute das ist ein bisschen schade aber dafür haben wir den spieler des jahres das ist wichtig dass man das mann das ist wichtig dass man den haben aber ich bin auch immer gespannt wann das neue spieler wie das funktioniert und wir schauen einfach mal ich bin auch echt gespannt wie das neue spiel wird leute was mache jetzt die frauen die frauen spieler ist ach saugut dass man das machen können dann könnte man sagen dass man vielleicht mit zwei teams spielen dass man mit den männern und dann schauen wir mal ich bin auch echt gespannt leute so zu sagen ja bin ich mal sehr gespannt leute so die werden wir eh nicht mehr machen du jetzt irgendwas training technisch werden wir eh nichts mehr machen und mal gucken ob man trainer a trainer ist ja es wäre jetzt auch noch ein trainer das ist natürlich ja das wäre auch noch so eine idee wenn wir es hinkriegen könnten mit ja das wäre auch noch so eine idee wenn wir es hinkriegen könnten mit und es wird einfach schön weiter gedreht ja wir machen noch ein bisschen würde ich sagen wie lange bis ich denke leute bis zum nächsten spieltal werden wir jetzt noch simulieren leute und dann schauen wir uns ja ich bin echt gespannt leute aber leute ich würde ehrlich gesagt fast sagen für heute machen wir jetzt wieder feierabend somit sagt für heute euer peter gaming tschüss bis dann und pg bis dem bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.